Wer ist eigentlich BastiGHG? Ich habe sowas von Bock, mit euch gemeinsam Minecraft zu spielen und verrückte Sachen anzustellen. Es wird geil. Der aktuelle Minecraft-Hype in der deutschen Streaming-Szene hat BastiGHG zu einem phänomenalen Aufstieg verholfen. Seit Januar 2023 steht er auf Platz 3 der meistgesehenen Streamer in Deutschland und liegt damit sogar vor Monte. Mit seinem Expertenwissen hilft er bekannten Twitch-Größen immer wieder geduldig, sich in Minecraft zurechtzufinden. Ich habe gerade einen Vater-Sohn-Moment, Basti. Ich sage dir mal, wenn du rechtsklicken drücken sollst, ja? Aber du wirst es selber merken. Okay, Papa. Privates ist über BastiGHG kaum bekannt, außer dass er mit Vornamen Bastian heißt und schon seit über 10 Jahren Minecraft spielt. Sein Nachname, Alter und Aussehen bleibt dagegen ein Geheimnis. Statt seinem Gesicht zeigt er immer nur Maus und Tastatur. Ich zeige euch mal ganz kurz meinen PC. Ich muss nur gucken, dass ich mich nicht darin spiegele. Ihr könnt halt Maxi mal meinen Fuß sehen und wenn ja, dann Glückwunsch.